So, willkommen beim Anarcho Billard. Wer die Regeln rausbekommt, bekommt von uns irgendwas Tolles zugeschickt. Hä? Das kannst du dann machen, Alter. Irgendwas Tolles, du musst doch die Kamera ein. Krieg mal das Ding jetzt da hoch. Alter, ich will den Anarcho Tisch nicht berühren. Nee, berühr den Anarcho Tisch ruhig. Ja, perfekt. Perfekt, passt. Warte. Nichts längst drauf. Ja, ja. Noch 11. Schiebst du noch einen, ja? Was? Wo rein? In die Richtung noch. Dass die Linse perfekt drin liegt. Ja, perfekt, genau so. So, wer die Regeln erraten kann, kriegt auf jeden Fall ein Eis von mir, auf jeden Fall ein Material. Zugeschickt. Die werden aber auch alle paar Sekunden mal geändert. Zugeschickt. Das stimmt nicht, die sind voll logisch, die Regeln. Ey, ist schon gut auf jeden Fall. Du bist dran, Talle. Ich bin auf jeden Fall schon mal dran, ne? So, ich muss echt mal, richtig hab ich die noch. Da liegt der Würfel. Achso, das kann sein, dass es irgendwann ausgeheben, mit Akku und bla und ne? Scheiße, Mann. Das sieht bestimmt geil aus. Ich spiel jetzt mal den Würfel ran, da halten auf jeden Fall alle schon mal den Harten an. Mit der Wurst, Alter. Nee, warte mal, ich spiel jetzt mal hier. Hey, vor allem, hey, warte mal, warte mal. Ich war dran, du Arzt. Hey, du hast doch den Pep. Ich wollte gerade den Würfel auf die Grünen spielen. Und hab extra gewartet, bis die Kamera da ist. Das ist ein Assi. So, willkommen. Oh, Mann. Ich hatte frisch eine neue Sache. So, ich bin... Jetzt ist kalt, oder? Ja, ich steig bin ja. Jetzt kann ich ja nur auf dem Würfel spielen, oder? Geht ja nicht anders. Es gibt keine andere Würfel. Ey, Alter, es ist... Ohne Spaß. Na, hast du... Was hast du denn noch? Nein, zwei Kugeln. Nee, drei Kugeln. Aber er kann nur auf dem... Aber wenn ich jetzt nur sechs gemacht, hätte er eine Strafkarre gekriegt. Weg die Weißen von allen, Alter. Oh, jawohl. Jetzt kannst du nur auf dem Würfel. Ich bin echt ein Spiel so auf dem Würfel, weil der... Aber wenn er ins Loch geht, ja? Also, wenn er zählt die Zahl nicht. Wenn er durchfällt, dann zählt die Zahl. Dann zählt er. Fällt der Hing? Ja, der wirbt eng, weil man... Das sieht halt echt krass aus. Ja, aber... Aber du wirst dann richtig rüber raus. Ja, dann kannst du natürlich auch aus dem Spielfeld dauern. Weg. Finger weg. Das wird eine Sechs, Alter. Oh, 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 oh. Wo ist er? Oh, Alter. Such dir. Alter, nimmst du weg, dass es eine Sechs ist. Oh, eine Fünf, Alter. Eine Fünf. Knapp für Sache. Eine Fünf, Alter. In die Mitte. Ich bin... Nee. Ich bin... Es ist rausgefallen. In die Mitte. Ja, aber ich muss rüffeln. Achso. Es ist gut. Das geht schon rüber, Alter. Vier. Vier. Nee, da. Ja, aber das schafft ich mir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was kann er nicht machen, Alter? Hey, ich kriege eine Strafkarte. Stefan auch? Nein, du hast noch einen. Ah ja, alles klar. Wir kriegen neue Kugeln jetzt. Kriegt jemand eine Strafkarte? Jemand nicht? Alter, und da ist die 6. Ja, was jetzt? Ja, da ist die 6. Der muss nur würfeln, der Mann. Das hatten wir noch nie. Wir haben gesagt, dann ändert sich das Loch. Du bist dann noch mal dran. Und das heißt, du musst jetzt noch mal würfeln. Ja, aber du hast auch gesagt, wenn du den Würfel anschmissst und sich die Zahl ändert und du wärst aufpassen. Ja, in einem Zug. Wir haben ganz am Anfang gesagt, jede Runde wird neu gewürfelt. Wenn jemand würfeln muss. Ja, aber dann hab ich vorhin auch schon mal nicht gewürfelt. Ja, würfel doch. Würfel hat mir dann eine 6. Was? Mach's schon, nackt. Da kannst du keine Schrei. Oh. Blöder Hund. Ja, gut. Kacke. Ich hab ja wieder eine drin. Alter, Alter. Komm, wir gehen. Jawoll. Das war gar nichts, Alter. Nee, das war gar nichts, Alter. Ich will nicht zweifeln. Wer ist überhaupt dran? Ich hab keine Ahnung. War er überhaupt dran? Das ist doch scheiße, ey. Ich zieh jetzt einfach drauf. Auf den Würfel. Ach. Okay. Es wird ganz schwer in den da wieder rauszukriegen. Ja, ich... Spätestens wenn ich dran bin, muss ich würfeln. Ja, ja, ja. Ja, versuch's. Ja, also... Spiel den Würfels. Mach gegen alle Scheiße. Nee, eigentlich schon. Nee, eigentlich kannst du auch locker eine Runde von mir rein spielen, aber... Das ist nicht das Ziel bei diesem Spiel. Nach mir dran, schützt nach mir dran. Ich musste 6 Würfeln wieder rein. Ich musste 6 Würfeln wieder rein. Du musst ja nicht würfeln, ja. Doch, und ey, nebenbei mach ich hier da drüben, ey. So, ja. So, ja. Wo? Ohohoho. Alter, das war übelst knapp, ey. War noch richtig, Alter. Ach, der war scheinbar. Schnapp. Das ist voll machbar. Sie sind gar nicht möglich. Ja, gar nicht 90 Grad. Kacke. Ich spiel auf den Würfeln. Die Würfeln zu 80 Grad. Das kommt so. Hä? Ja. Ja. Unscheinlich. Kacke. Geh auch ein Würfeln. Ich würde schon mal machen. Das ist ja wirklich Kacke. Ja, gönn dir was. Ja. Kacke. Das war weder meine noch deine, ne? Das war... Stefan's. Fack. Ähm. Wer ist da? Ich. Und er hat Kalles Scheiße reingemacht. Oh, aber das ist echt total. Ey, bin ich da. Ach, das war deiner. Das war aber krass. Aber du wolltest doch die Würfeln nicht gehen. Nein, ich wollte das. Das ist ein ganz schönes Spiel, Alter. Oh, oh, oh. Ey, jetzt ist grad Tabula Rasa, gell? Also wenn ich eigentlich... Jetzt ist Tabula Rasa. Habt ihr kein Wunder kommt. War eben vorerst ne Runde Aufschwung. Nein, das ist jetzt wirklich Tabula Rasa. Ey, warum gibst du mir Kalles? Das ist ja Tabula Rasa. Und dann fliegst du rum. So, ich mein, sag zu, ey. Irgendwas. Wie habt ihr jetzt mehr? Ich gucke noch. Ja, keine Sorge. Ich freu mich zu wenig. Mit ganz frei und dann geht's rein. Ja. Ah, Scheiße. Nichts davon. Ey. Für mich machbar. So, so ist es gut. Ja, so ist es gut. Wie doch bei dem Dunkel an. Alter. Oh, okay. Jetzt. Das ist kratsch. Das ist mich hier nicht. Ganz selbstständig. Was soll man denn jetzt? Das ist alles scheiße bei mir. Ich weiß nicht. Wie geht der Runde, oder? Doch. Aha. Es hat Kalle geflogen schon. Ja. Und danach darf das schon öffnen. Weitwinkel, vergründet. Aber wir haben's gar nicht anguckt. Das ist sie. Man kriegt den kompletten Tisch rein. Aber wir sollten die eigentlich eher so drehen. Ist egal. Aber wir könnten mal eben das Wehland anwarten und checken, ob's gut aussieht. Das ist echt gut. Warum bist du überhaupt schon wieder dran, Alter? Er hat sie angehört. Also, nee. Ich meine, warum ist er schon beim Würfeln, meine ich? Das ging jetzt echt schnell. Er hat eine angehört. Ich will's eigentlich auch nicht enden lassen. Und spiel auf dem Krufe. Versuch. Ja, aber das geht nur mit dem Tabula rasa-Titel. Ey, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt den würfel. Ich probier jetzt nicht die Ahnung. Komm, das ist ein Deal. Wer gewonnen hat, der hat gewonnen. Das ist auch ne Regel gewesen. Ich will doch nicht, dass alles endet. Pass auf, wir machen einen kleinen Deal. Anacho. Wenn ich, wenn ich, eh anacho, wenn ich jetzt die Eins würfel. Du bist Anacho, du legst die Regeln selbst. Wenn ich die Eins würfel, dann kriegt ihr alle 2 Strafkugeln. Nein, warum? Mach's rein. Nein! Dann mach rein. Du machst sie eh nicht rein. Das ist sowieso nicht schlecht. Hand weg. Komm, mach. Ach ja! Das war meine. So, jetzt gibst du dich total, oder? Warte, ich brauche nämlich nur eine 6 jetzt. Ey, das kann ich sein. Mach den mal. Nein, das klappt nicht möglich. Das ist gar nicht unmöglich. Aber er hat es echt verdient, weil er hat schon... NAAA! Ja! Er hat schon dreimal gewonnen, Alter. Nein, das nicht. Tabula rasa, Alter. Tabula rasa, schon wurde ja alles mehr gelöscht, Alter. Ja! Ja, alle leiden. So. Alter, hab ich auch mal einen Sack zu, ja? Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Oh, oh! Oh, halt auf. Ey, du bist ein Übers-Altabula. Oh, krass, ey. Krass, ey. Du bist 6. Nein, aber du hast gewonnen. Oh, schuld, 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 schuld. Du hast dich angestudiert. Okay, bitte. Ja, der lag ja eigentlich auch in der Mitte. Nein! Naja, okay. Ich hab jetzt eigentlich schon auch einen anderen drauf. Eigentlich musst du eigentlich... Die 1. Ich muss jetzt in die Badewanne mit ein Messer und mich umbringen. Eigentlich haben wir das so ausgemacht, ne? Nein, wenn er nicht... Nein, nur wenn er nicht war. Nur wenn er nicht war. Nur wenn er nicht war. So, los. Nach der 6. Warte, ich muss jetzt die 6, ja? Ja. Warte, ich bin Tabula Raza, weil ich weiß, ob du scheiße bist. Das ist auch nur 1, Terrence. Okay. Das geht nicht. Tja. Shake, Alter. Was? Oh, das kann doch nicht wahr sein, Alter! Das ist Tabula Raza. Das kann doch nicht wahr sein. Scheiße, Alter. Ey, du bist so Spaß. Ganz einfach, ey. Ja! 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 Das ist Tabula Raza, Alter! Das ist Tabula Raza, Alter! Das ist Tabula Raza, Alter! Ja, jetzt kommt der Tabula Raza, Alter! Wir haben ihn noch zurechtgerückt. Ist das nicht wahr? Ja! Tabula Raza! Das ist doch ein... Ja! Super, Alter! Ja! Super, Alter! 4 Star, also so. Das ist doch ein grandioses Spiel, ey. Gut. Mach ich. Das ist lustig, ja. Das war gut. Nein! Nein! Das fällt nicht richtig. Aber ihr wisst, wenn ihr gewinnt, spielen wir eh noch mal. Die meisten noch nie gewonnen haben. Das ist ja ein Kampf der Titan, Alter. Wir haben euch das schon so oft gespielt, Alter. Und wir haben euch doch gar nicht gewonnen, Alter. Jetzt, Alter. Tabula Raza, ey. Das ist doch Bescheid, gell? Ja, es gibt Tabula Raza zwei Minuten danach. Ach, süß, Alter. Äh, nee. Wer jetzt gewinnt, ist das Weltmeister? Ja. Das war so gut. Alter, du musst würfeln, aber eigentlich scheißt du dich. Und du kannst jetzt nicht spielen. Du musst jetzt würfeln. Kommt beide in die Mitte. Wo ist der Würfel? Die kommen beide in die Mitte. Was? Und der Würfel auch, oder? Nein, Alter. Jetzt würfeln. Achso, weil der schon in der Mitte liegt? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist so spannend, der will ich nicht abholen, oh Scheiße. Ich geh auf die Würfel. Aber dann kriegen wir auch wieder mit Kugeln. Den Fall hat der, oh Gott. Ja, aber der kann reintreten. Ey, aber wenn du schon draußen bist, dann müsste ich hier echt wieder mit drei Kugeln reinkommen. Sonst wär's echt ein bisschen... Ey, das wär auch voll geil. Lass uns das mal so machen. Probieren. Spiel doch mal an. Aber passt auf, der Droppe nicht gewinnt. Das ist Fabula Raza. Oh, Scheiße. Alter Schwede. Oh, ne vier. Ja, aber hast du schon gewürfelt? Ja, ne vier. Ja, gut, ist gefallen. Ey, ich werde jetzt Fabula Raza kümmern nicht zu Recht, Leute. Okay. Weil ich dachte, ich muss gewinnen, weil wir sind ja auf Kamera. Ja. Die brennt's noch neu. Und genau deswegen... Machst du den. Das ist alles möglich. Genau deswegen... Geht der jetzt da rein, Alter. Stark. Ich hätte den Würfel noch anspielen sollen. Fuck, Mann, Cutter. Ja. Es kam doch keiner, der jetzt richtig gut ist. Robin knallt wieder den Würfel ab. Ja, ey, Leon. Ich bin sauber. Sag mir nicht. Ja. Ja. Hätte ich den Würfel angespielt. Hallo, das ist nur für den Gewinner. Ja, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Ich hab' gewonnen, Alter. Tabula Raza kümmern. Dann ist Anarcho King. Anarcho Tabula Raza King, Alter. Weltmeister. Weltmeister. Ja, Alter. Das können wir nicht so stehen lassen. Doch, Alter. Alle kamen nicht gewinnen. Danke. Danke, danke. Lass' mal an die Kärme auswarten, damit der Sieg so stehen bleibt, Alter. Ich hab' Angst, dass mir die Spitze an die Schuhe kommt. Ich hab' da durch, Alter. Das ist zu beleidigt. Oh, passt schon. Das geht schon. Stefan, jetzt hör' auf, dran hochzuspielen. Ja, halt' mal die Hände drunter. Hände drunter halten, damit die Cam rauskommt. Und er holt' die Cam rauskommt. Und er holt die Cam rauskommt. Hände drunter, halt' mich und ihm Zirkel runterkommt. Das bringt mich nicht zu lachen, Alter. Dann ist mal die Cam rauskommt. Bring' mich mal nicht zum Lachen rauskommt. Warum seid ihr alle nur so klein? Hände drunter halten, damit die Cam rauskommt. Gebe eher, ich bin Tabula Raza König, Alter. Ich fack' Zirkel rauskommt. Alter, bleibt da. Ich bin Tarpula Rasa-König, Weltmeister, der bleibt da. Danke.